Der Schiedsrichter hat sich vorhin ein Foul von Kulowicz, dann hat er sich was notiert, der Schiedsrichter. Wie auch immer, also, nur eine gelbe Karte für Kulowicz, Elfmeter für Salzburg. Wir sind in der 81. Minute. Soriano. Soriano gegen Königshofer. Boah, aber was macht denn der? Das habe ich noch nie gesehen. Zweiter Rang, zweiter Rang beim Elfmeter. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der Fritschtoni. Was war denn da jetzt los? Wie kommt er? Das haben wir noch nie gesehen. Weil, oh, da fährt völlig unter dem Ball.